Ein heißer Durstlöscher – Natursekt auf dem Weidezaun Sie sind auf dem Weg zu einem Grillfest, als Lilli und Gregor für einen Abstecher am Stall ihres Pferdes anhalten. Lillis Blase ist zum Platzen voll. Sie kann sich kaum noch beherrschen, was ihr Freund als erotische Gelegenheit erkennt. Diese weiß er kurzerhand für einen erregend prickelnden Sekt in der freien Natur zu nutzen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de